Ich arbeite nur mit dem T-Shirt, der Thomas. Ja, ich habe immer die Arbeitsjacke an, die ist ja deppert. Aber man muss aber auch jetzt erwähnen, also der erste Auftritt von deiner Mama. Ah ja, voll. In einem Video. Scheiße. Ist ja geil. Special Guest, du weißt. Ja, Special Guest, der Motherfucker. Und dann kommt sie so daheine. Was willst du, Buhle? Ich schau dir da gleich eine. Mit dem Buhl. Ach du Scheiße. Da war es ein Video bei uns über Nacht, also nachher so Banane. Ja, das war sowieso Legende. Ich versuche jetzt die MP40 aus. Und die habe ich gleich solche Aufsätze und so bekommen. Und meine MP40 sieht komplett anders aus. Ui, ui, da gibt es gute Server. Bist du Tepper, da gibt es gute Server. Nehmen wir gleich irgendwas, Conquest, wo wir in der Stadt sind. Perfekt, mach mal. Hätte ich gleich gesagt, oder? Perfekt. Aber weißt, wir haben jetzt deutsche Server. Ja, Mann. Oh, Scheiße, geil. Deutsches Server. Deutsches Server, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Weißt du, weißt du, was ich jetzt einmal nachschauen muss? Bist du Tepperd. Jetzt wundert es mich eigentlich auch, warum eigentlich gar keiner zuschaut, weil sich eigentlich gar keiner für Battlefield interessiert. Ja, ist aber eh klar. Also auf Twitch. Für, 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 für das, dass du eigentlich quasi... Das ist ein Org. Ich gehe zu B schon. Passt. Ich werde... Ja, 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 B, 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 ja, das ist gut. Okay, da hat sich einer bewegt, ohne dass er sich irgendwie bewegt hat. Aha. Er gibt irgendwie Sinn. Ui, Hunderttausende. Aufpassen. Ja, passt. Passt. Da, da sind genug. Da sind genug Leute. Ich glaube, ich sollte zu Türen spawnen. Definitiv. Gib ihm, Junge, gib ihm. Beißt. Das sind definitiv... Zu will, ja, ja. Mehr als genug Kleidung. Was das Geile ist auch noch, die sind wahrscheinlich genau ober uns. Wetten, die sind... Ja, die sind fixo bei uns. Einen habe ich. Einen habe ich einmal. Warte, 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 warte. Irgendwo... Irgendwo schießt, Dana. Von da oben. Von da oben. Gut, der Fock. Ich schaue mir nur, äh, die Lieblingsäckerlaun von die Gegner. Ah, ich seh schon, 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 wo, wo der Spasti da ist. Da, ui, der kann aber schäzeln, da oben. Nein! Da oben, warte, 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 er fällt jetzt gleich oben bei dir. Er fällt gleich oben, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, das habe ich gemeint. Das ist schon hoch, der ist klar, da. So, dann kam ich da hoch, Alter. Keit mehr verruhen. Schiss, ist nicht geworden. Schon aufgeschildst. Alter. Ja! Alter, ich habe gleich mal zweimal mehr gegangen, Alter. Was ist denn der Scheiß? Ohne, dass ich irgendwas machen konnte. Fuck. Schwuchteln, käten einfach. Unsere. Man merkt sofort, dass es deutsche Spieler sind. Diese käten. Unsere. Okay. Hä? Hey, wieso merkst du das denn? Man merkt das einfach. Ich weiß ja nicht, was da raus ist. Traber. Schau, mit der P40 kann ich mal einen Kill machen. Weil ich so bin nicht wackelt. Wirklich so schlimm. Gewackelt nach links und rechts. Ist das jetzt ein Nächster? Gewackelt nach links und rechts. Alter, ich finde die ja sowieso behindert. Der hat Präzision, hat die nur ein ganz kleines Stückchen. Sonst hüpft Feuer und Steuerung, ist gleich alles in den Arsch. Ist so. Eigentlich ist die beste eh die Stein. Die Stein. Ja, Stein. Sonst sind alle anderen auf O für Arsch. Es gibt nicht mal die PPSH. Ich kenne uns. Schau nach links. Ah, du hast aber ein schönes Pflänzchen da. Was hast du denn da? Danke schön. Brauchst du ja auch einen Joint da für zwischendurch? Na, sicher. Wenn ich gerade bombardiert werde, dann ist ich draußen drehmend. Ja, bevor du halt die Schmerzen hast, draußen mal gescheit. Und dann spielst du eh nichts mehr. Nee, Standard. Gehen wir da auch, oder? Ja, hätte ich auch gesagt. Hätte ich auch gesagt. Pass, gute Opa, 200 Punkte. Tschüss, Baba. Da liegt ja schon beim Dachl da vorne, wie gesagt, Alter. Ha, geil. Geil. Richtig nice. Wie? Der Nächste, was auf dem Dachl ist. Wieso ist der Tschuxler auf dem Dachl und ich nicht? Wurrensohn. Wo war er? Der war auf dem Dachl oben. Da hinten ist er. Auf dem Dachl war er oben. Da, da ist er eh noch. Der Wichser. Der Wichser ist eh noch oben. Was? Was? Na, dieses Scheiß-Trick-Gebäude. Hör. Hör. Hä? Verdammt noch mal. Die ist so sch... Ah, deine Leiche. Ja, ich kann nichts davon. Deine Leiche. Deine Leiche, Alter. Scheiß, die waren dann. Bei B, bei B. Ja. Bei B, die. Bei B, nimm's gleich. Ja, da ist er. Da. Ja, ich sehe schon mehr. Ich sehe schon gefegt, ich sehe schon gefegt. Schau, die MP40 so komisch zu spielen. Erstmal gern gewöhnen, was. Aber langsam gefreut mich dann schon, um wieder eine neue Waffe in der Hand zu haben. Schön langsam, irgendwie was Neues. Ja. Ich weiß es nicht. Alter, mein Aim ist heute richtig im Arsch. Aber so richtig. Meint sie auch. Ich rutsche die ganze Zeit von den Sticks ab, weil meine Hände verschwitzen. Wir haben Ziel Dora eingenommen. Ich bin bei C. Bist du deppert? Bei C. Ich glaube, da ist keine Chance. Das sind gerade so viele. Ich bin bei C. Ich bin bei C. Ich bin bei C. C. Wo bist du du? Bist du jetzt eigentlich bei Tios, bei deinem Platz? Ah, ja, pass nicht. Ich habe gerade ein paar Kills gemacht. Komm mal gegen ein paar. Ich sehe es gerade. Ja, es kommen ein paar jetzt von mir. Hurensohn. Hast du nicht geschluckt, der einfach von mir vorbei ist? Ja. Okay. Okay. Fuck. Dann spannt es. Was? Dieser Hurensohn wartet extra auf seinem Haar. Damit er dann zu einem Spawn oder? Boah. Hätten wir ja auch, oder? So ein Wichser. Ja, jetzt sch*** ich gerade. Jetzt direkt gegen eine Frau. Gleich zu B. Bevor wir das auch noch verlieren. Oh Gott sei Dank, Hilfe zähl der Skill. Noch einer, noch einer, noch einer. Ich glaube, das ist er jetzt aber. Ich glaube, das ist jetzt. Oh ja, der ist noch da. Der ist noch da. Oh, es war knapp. Bist du, Narisch. Bist du, Tepper, das war knapp. Da oben, da oben, da oben auf der Kicker. Okay. Na, ich treffe ihn überhaupt nicht mit der Waffe. Oben, 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 oben. Vom Berg. Nein! Wieso dieser schwarze Elm, Alter? Kann hier jemand helfen? Fuck, Leute! Was ist heute los, Leute? Gibt's ja nicht, Alter! Gibt's ja nicht, Alter! Die Menge blieben noch. Ja, bei mir hat er anzeigt, dass du nimmer da bist. Das hab ich drauf geschissen. Ich bin nicht drüge. Verdammt gefährlich! Alter, wenn du wüsstest, was ich sehe, dann... Ich weiß. Die sind halber geflogen da oben. Egal, Hauptsache Penis. Was? Was? Sabian! Weißt du was? Ich... Ich scheiße jetzt dann auf die... Ah, auf den Livestream. Ganz ehrlich. Ich... Ja... Damit ich dann besser zocken... So... Na? Jetzt will der Fernseher wieder nicht... Passt. So... Damit ich besser zocken kann und dass wir aus diesem drecks deutschen Server rauskommen. Hahaha. Weil der... 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 Der Server ist irgendwie unbehindert. Achtung jetzt! Das ist gefährlich! Na! Gebiet, Alter! Da gehst du mal von A nach B! Da wirst schon wieder Buder von hinten verfuhren. Mann! Ich möchte so gerne extrem herumschauen, aber ich darf nicht. Dieses Gefühl, man möchte unbedingt schauen, aber man kann einfach nicht. Immer wegen die Eltern! Haha! Ja, und weil sie es auch nicht verstehen, weißt? Da wirst du ja wieder! Ja. Sie verstehen... Sie verstehen einfach dieses Gefühl nicht. Wenn das so weit ist. Der Rage Mode. Fuck. Nein, das spielen wir ganz nur D-Gesäuber. Weißt, du hast einen scheiß... Du hast sogar einen scheiß Mitglied! Für was ist das denn, dass D-Tooks, Leute, überhaupt dabei, Leute? Wir haben nicht einmal A, Leute. Nicht einmal A, ist schon traurig. Oh, da täten alle! Vergiss! Das sind Snap, alles! Ziemuselle Geste! Was? Zer Kopf, Wichser! Zer Kopf! Oh, wie ist das so... Was? Der Einer hat sich ja ursüß extra noch versteckt und urlang gebraucht. Ich schieße ihm auf den Kopf. Passt! Schieb! Schütz mich! Schütz mich! Ich geh hin! Markier! Markier! Hinter mir! Hinter mir liegt diese Ratte auf dem Berg! Äh, Dings! Spawn bei mir wieder! Spawn bei mir! Warte! Da ist er! Da ist er! Gib ihm! Und da kommt noch einer! Gib ihm! Gib ihm! Gib ihm, bitte! Fick seine Mutter, Alter! Fick seine Mutter, Alter! Den Hurensohn! Oh ja, den haben sie schon mehr gemacht! Oh ja! Den haben sie schon mehr gemacht! So eine Ratte! Ah, gibt's hier einen Modulationspacker! Perfekt! Bin wieder zufrieden! So, Alter! Na, Moin! Wie, wie, wie... Wie, wie... Weißt? So richtige Stimmungsschwankungen wie jetzt die Tage oder sonst irgendwas! Dings so! Ja, ich hab auch mit so ein Pass! Perfekt gemacht! Was? Was? Hilfe zählt als Kill! Das ist ja auch das Geile am Battlefield! Was? Hilfe zählt als Kill! Und du musst halt immer Angst haben, dass du, wenn du im Team bist, bei Call of Duty, dass dir der eine wieder die ganzen Kills wegkommt! Nein! Jetzt ist es so, wenn du einen Kill getroffen hast und der andere den geklötert hast, bekommst du trotzdem auch 100 Punkte! Ja! Aber nicht Kill! Wir sagen Kill! In Bett! Achso! Also zählt das dann auch schon als Kill! Ja! Oh! Ja! Dann... Bin ich wenigstens schon mal zufriedenstellen! Das ist halt nur die Frage, ob das dann halt beim neuen Teil auch so ist! Da hinten raus! Haha! Alle Scheißen! So viele Rum und ich! Zack! Boom! Tot! Oh Gott! Das ist ja auch schon wieder so viel Rauch! Hinten ins Tor! Hinten ins Tor! Hinten ins Tor! Armhinten! Hinten ins Tor! Ah, ich muss mal den Wichser vor mir, Alter! Hilfe zählt als Kill! BASZ! Die Ohrschlächer! Alter! Ich schreite! Alter! Nein, Alter! Alter! Ist ein scheiß Flieger, Alter! Ist ein scheiß Flieger, Alter! Ist ein scheiß Flieger, Alter! Ich habe trotzdem auch gesagt zu C! Ich bin auch ein Flieger jetzt, ist mir egal. Voll, voll, na scheiße, ich wollte noch die Waffe wechseln, fuck. Ich bin schon bei Stufe 10. Bitte, Stan. Wollte ich schon ausnutzen. Ja, passt, hat sich schon erledigt. Da liegt schon wieder so ein Tschuxl die ganze Zeit am Boden wartet, damit er ja schön brav knuckeln kann. Uh, Ehrenmann, wir haben einen Ehrenmann da am Start. Ja, Mann, durch Granate, die Kills. Oh, Alter. Ich bin, ich bin einfach gerade bei dem übelsten falschen Moment ever, Alter. Wieso, wo bist du? Let's spawn. Weil einfach 100.000 Leute dort sind. Wieso geh ich einfach nicht mit einer Waffe hin, sondern ich muss unbedingt telefonieren. Ich wollte unbedingt anrufen. Du wolltest ihn da vorne anrufen, weil... Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Scheiße. Ist er jetzt hinter uns einer oder nicht? Okay, passt. Feuer, Alter. U-Hensohn. Ich glaube, er steht gut aus. Ich sehe, er steht gut aus. Ich sehe, wie er steht gut aus. Ich glaube, er steht gut aus. Was ist denn? Passt einer weniger? Ja, ich bin grad übelst bei E. Achso, C hinter uns, fuck, ja, fuck, ja! Komm schon, komm schon, komm schon! In die Decken rein, komm schon! Die sind da unten, oder was? Die kommen von allen Seiten. Jetzt aber ist keiner doch einer. Nein, immerhin A und B haben sie mal nicht. Das ist schon mal wenigstens praktisch. Da hinten ist ja, da hinten ist. Passt gut zu wissen. Ja, ich seh schon, ich seh schon, der ist jetzt... Oh nein, ein Snapper, fuck! Das ist ein Snapper! Passt! Hab sie beide! Ich hab auch zwei! Ah, yes! Gut eingenommen! Gut eingenommen! Die kommen jetzt fix wieder von vorne, weil wir sich alle wieder auf E konzentriert haben. Gehen wir... Ja, ja, ja! Da stirbt die Ischana! Fuck! Fuck! Kasch aus, Kasch... Oh ja, doch, 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 doch! Du könntest mich wiederbeleben! Perfekt! Da ich den Rauch! 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 Hunderttausendmal dieser Scheiß auch! Auf der Weg, oder? Ich denk Gott nicht die wieder weg! Wenn das Feuer ist, leg dich am Boden hin, weil dann ist schneller weg! Okay! Ist ein guter Tipp! Hier, erste Hilfe! Halt! Halt! Nein, auf der rechten Seite! Ich bin so behindert und heil den Tschuxl auch noch! Fuck! Ah, geht sie aus, geht sie aus, geht... Na, komm her, komm her, komm her, Burle! Komm her! Komm her! Du, du heilen! Burscher, komm her! Ja! Perfekt! Ehrenbruder! Ich hätte auch reinkönnen, wenn er nicht gemacht hätte! Wenn er gemacht hätte, Murug! Kennst du die? Äh... Wenn hätte er mir gemacht hätte ich ihn gegeben! Oder... Oder... Wie ging der Spuch? Warte, warte, warte! Kannst du nicht solche Dinge rufen? Nicht meine Ehre geht kaputt, sondern deine! Oder wie geht das? Meine Ehre geht kaputt! Nicht deine! Ja, so irgendwie so... Urbehindert! Kannst du sowas rufen? Oder nicht? Wo ist es? Soll ich so einen Lugschlag? Ja! Ja, 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 kann ich rufen! Kann aber ein bisschen dauern! So, welchen Punkt nehmen wir? So, welchen Punkt nehmen wir? Ja, ich nehme mal den Punkt! Ich nehme mal den Punkt! Ich nehme mal den Punkt! Nein, er nimmt aber leider gar nichts mit! Gehen wir zu D oder B? Weil A wird eingenommen! Ja, 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 ja! Weil A wird eingenommen! Ah! Egal! 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 Gehen wir zu D! Weil von dort aus werden jetzt sicher genug kommen! Damit sie das wieder zurückerobern! Wenn es gescheit wäre! Da unten ist eh schon einer! Dann gehen wir rechts auf! Wie unten gefallen! Weil der eine kämpft da eh schon am Boden! Der wird schon ungefähr die Stellung eine gewisse Zeit lang halten! Ich würde trotzdem jetzt C einnehmen! Wenn ich schon dabei bin! Wenn wir schon wieder da sind! Wenn wir schon wieder da sind! Wenn wir schon wieder da sind! Ah! Die haben schon wieder C! Ah! Haben die auch fast! Da hinten! Da, 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 da! Da, 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 da! Mach hier! Ah! Da ist ein Super! Da ist ein Super! Ah! Ich habe es eh schon gemerkt! Ah! 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 Fack! Dieser eine Prozent! Dieser eine Prozent! Dieser eine Prozent! Wenn du das sehen würdest! Ui! Ui! Da kommt einer! Da kommt einer! Er könnte mir heilen! Cumm-Achi! Cumm! Cumm! Ja! Man! Perfekt! Er ein Bruder! Er ein Bruder! Achy! haha war das von beiden seiten mal wieder scheiße ich bin bei diesmal will ich sterben weil ich will endlich die neue waffe ausprobieren steppert gesagt aber wenn ich schon level 10 bin mit der waffe da will ich aber auch den welchen nimmst du eigentlich als nächstes ich habe die so ich habe mir die ume genommen sagen wir so dann kann man es besser aussprechen haben wir die ume genommen die kämpfen oben auf die gebirge oben auf dem gebirge man kann nichts sagen nur auf dem gebirge oben okay hauptsache ich bin sanitäter nummer 11 also stufe 11 ojda ojda so eine dreckskack da kommt er wurde der kanzler der fähig zwar vor dem traur zu über dem bruder basis Gute Frage. Nein. Danke. Wieder blöd Digi. Geil. Keine City Gegner, jeder Ball hat rein. 100.000. Nein. Ich will unbedingt einfach nur die neue Waffe mal ausprobieren, weißt? Bist du hier, oder was? Ich bin hier. Scheiße. Sind da Gegner bei dir, oder was? Nein. Oh, ein anderer hält mich da, Mann. Fuck. Ja, ich war auch schon unterwegs zu dir, aber der war schneller. Oh, er ist Ehremann. Oh, näher. Bist du Teppert, Alter? Die zieht auf, Alter. Die zieht auf, das Arschloch. Der kannst du nicht spielen, Alter. Die zieht dich auf und bist und geht nicht mehr. Dann muss ich ja 10, dann muss ich ja 1 Meter vor ihm stehen, damit ich überhaupt das schießen kann. Ja, Meier, gell. Die vor... Extrem Meier, Junge. Extrem. Juhu. Juhu. Scheiße, wieder fast... Oh, wieder Munition gefunden, was? Was? Ich freue mich, Bruder. Wer spielt? Ich... Gegen wem? Vor allem, was ist der... Ich will, dass du mich... Ja, wenn du schon dabei bist, muss ich schon so ein Hallo sagen im Stream. OOOH! Auf ehren Bruder, weißt du eh? Auf ehren Schwester! Ah, saubern! Ach gut, das ist ja loket aber nicht, oder was? Alter! Sag hallo, sag hallo! Hallo? Sanitäter! Ich kapier' hier noch! HAHAHAHA! Weltdommelik macht einen Screaming jetzt, hör'n dich andere Leute. Voll krass! Wir sind aber wahnsinnig! HAHAHAHA! Wie cool es ist! So mag ich die Reibung! Plötzlich sogar Minus Abus! HAHAHAHA! Perfekt! Ich hab nur geschaut, ob da noch ein Gegner war. Ich kann nicht nur mal meine neue Waffe einsetzen, weil die einfach abnormal nach oben schießt. Ja, darum hab' ich die MP40 genommen. Wo? 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 Fuck, diese scheiß Brandgranate! Der ist gleich vor mir! Vor meiner Fresse ist er! Wo? Wo ich hinig bin! Weiß ja nicht, wo du bist! Dann ist er! Genau vor meiner Fresse ist er! Da! Perfekt! Da muss er... Weder ist er noch da, oder ist er schon mehr? Ich glaub' er ist schon mehr! Ja, könnte gut sein! Ich würde aufpassen! Nein! Nein! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Scheiß 20 Schuss, Alter! Perfekt! Das kann doch jetzt wahrscheinlich möglich sein, dass ich gar nichts wirklich mehr treffe! Mit der Waffe, da werde ich fix was anderes benötigen! Ah, da hinter uns! Irgendwo Sniper oder sonst irgendwas! Ah, wurde wieder eingenommen! Und die haben B und B auch! Und die haben B und B auch! Geil! Irgendwo ist einer! Okay! Keiner bei E! Wo bist denn du hier? Ich bin bei C! Mann! Verlieren wir schon wieder C oder was? Da hinten kommen Leute! Von... ...hinterer Seite! Okay, passt! Dann werde ich gleich mal die hintere Seite kurz... ...beobachten! Wär aber übelst chillig wenn du zu mir kommst! Genau! Passt! Ah, dafür bauen wir eh nicht mehr so lang! Wie viele sind wir? Ui! Ja, da haben wir gleich mal zwei Stückchen oder drei! Von einer! Da, die kommt da bei den Sternen! Ja! Ich sehe es schon! Oh, thank god! Weis her! Ich erinnere die Garnate! Fuck! Weil ich hätte... Ui! 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 Mit der Brandgranate! 250 Punkte! Weil ich glaube ich 5 oder 6 auf einmal Meier gemacht habe. Es sind alle da oben. Ja, ich mache mal auf Ehrenbruder und mache mal alle Meier. Alter, ich schaffe es nicht mit der Waffe einen Kill zu machen. Es ist richtig verhext. So richtig wie, wie will die Waffe nicht, dass ich einen Kill mache? Ja, das kenne ich ja. Weißt du was ich meine? Wenn du einen Kill gemacht hast, dann läuft das eh wieder. Das ist so Copsache. Ich gehe jetzt so ab. Ich komme einfach nicht klar, weil die so schnell und so hoch zieht. Ja, eh klar. Das ist das komplette Gegenteil, was ich eigentlich davor gehabt habe. Oh nein, ich bin ja auch noch. Scheiße, nein, 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 nein. Ich bin ganz alleine bei A. Und ich habe keine Munition mehr. Scheiße. Und ich bin bei B. Scheiße. Ah, wir haben es eh schon geschafft. Ja, pass das, Alter. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, ein bisschen gleich mal zurücklehnen. Geh mal was trinken dazu. Ah, ich habe kein Trinken. Scheiße. Mama. Oh Gott, der Darm. Mus fix. Aber nur Wasser. Weißt du, weil ich finde, wenn du irgendwas Zuckerhaltiges dazu trinkst, du hast noch mehr Dursch. Man hat noch einen kratzigen Hals dadurch. Ja, genau. Und dann kommt die mir dieses Äh, Äh dazu. Ja, da. Ja, ah. Und so. Ich habe gerade einmal 500 Punkte mit derer gekriegt, weil ich einfach keinen Kill geschafft habe. Hm, schnelles Ziel, nur schnelles Nachhören. Ja, Nachhören. Ich hoffe nur, dass die Waffe dann besser wird, wenn man dann entweder auf einer anderen gewissen Map spielt. Ja, das ist ein bisschen wie vielmehr.